Neue Nudeln und mir fällt gerade auf, ich wollte eine andere Anmauer dazu machen, egal, äh, dank, hallo erst mal, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ihr seid jetzt hier gerade in einem Titanfall-Let's Play von mir gelandet, hier mit dem lieben Days Plays, ich habe gehört, der ist erst Level 43 und ziemlich schlecht, weil wisst ihr, wie so ein richtiger Schlecht-Gamer und ich würde sagen, wir laufen jetzt mal direkt zu B oder besser gesagt zu C. oder Arco, affekt dich doch, äh, womit nicht so viele Gegner sind, besser gesagt, die ganzen Gegner jetzt weitergehen, das übrigens mein Show-Tipp und bevor ich jetzt vergesse, ich habe dich schon anmoderiert, nö, also doch, also wir haben den lieben Days Plays auch dabei und, äh, ich habe gehört, der einen ganz kleinen Penis und wenn ihr ihn unterstützen wollt, gebt dem einfach ein Like auf sein nicht vorhandenes Video, so, warum, wir haben sie heute Mittwoch, wenn ihr das Video anschaut, in meinem Fall haben wir jetzt hier, äh, einen anderen Tag. Bei mir haben wir dann das Tag. Ach, fick dich doch! Ich würde sagen, nachdem wir jetzt hier, äh, eine Reaktion gehabt haben, äh, würde ich sagen, äh, wir beginnen jetzt dieses, diese Aufnahme mit einem, äh, mit einem besonderen, äh, Aufnahme-Ritus, äh, äh, und zwar werden wir heute, äh, etwa nicht so mit Schienwörtern wie letztem Mal, sondern, äh, anders das machen, äh, äh, anderen Sachen. Ander, wir machen, darf ich erklären? Ja, du darfst erklären. Okay. Also, der, ähm, liebe Reisers wird gleich anfangen, und zwar, äh, kann ich dich erklären, darum werde ich das jetzt machen, äh, und das heute jetzt mit anderen Wörtern, Hauptsache anders, ich habe leider vergessen, was wir jetzt gerade genau machen, ja, deswegen werde ich mich da einfach machen. Nein, ich mache, äh, nein, ich mache das, äh, könnte ich nochmal einen Zug geben, was es sich gerade handelt, da fragt mich. Also, äh, wie gesagt, wenn man mal, äh, für die ganz dummen und für, äh, äh, Reiters, also, das ist nicht unter den ganz dumm, sondern ich bin extra, du bist nun mal extra, dummer, dumm. Du hast, du hast das Gefühl, geschafft, oder die Top-Tender-Dummen? Bin ich dabei? Ja, dazu erstmal. Ja, das funktioniert allergeil. Okay, naja, die Erklärung eigentlich ganz einfach, und zwar, ähm, ich, äh, Reiters wird gleich irgendein sinnloses Wort sagen, was ihm gerade so in den Kopf fällt, wie, hallo, tschüss, äh, analgeburt oder sonstiges, und, ähm, ja, geil, wie freundlich wir heute wieder sind, und dann werde ich mit einem Wort, das mir als allererstes auch auf sein Wort einfällt, antworten. Und dann geht es immer so weiter. Er antwortet dann auf meine Wort, ich andere auf sein Wort, auch auf meine Worten. Muschi. Äh, weine. Hines. Aber, 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 Pimmel. Aber, 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 möglichst schnell. Okay. Sag was? Pimmel. Pimmel. Lulac. Was hast du gesagt? Lulac. Wie, Lulac. Lulac? Lulac, Tomate. Lulac. Gulasch. Ähm, Spaghetti. Geil. Bolognese. Penis. Hast du schon gesagt gehabt? Ja, mir fällt gerade Penis ein. Okay. Ähm, dann eindringen. Äh, wie heißt er? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, nicht Billy Boy. Fuck. Wie heißt er? Der eine... Oh Mann, ey, Mama. Der eine Sänger da. Weißt du? Penis. Mini-Penis. Äh, Mini-Penis. Florian. Florian, äh, jetzt muss ich ja wieder Mini-Penis sagen. Äh, Muschi. Äh, nein. Jakob. Äh, Jakob, Dave. Oh, nochmal kleiner Penis. Alter, ganz ehrlich, nimm mal was andere, wo ich nicht kleiner Penis sagen soll. Äh, 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 ja, es ist. Eichelkäse. Eklig. Florian. Hm, ja, schleck mal auf. Florian, äh, an Dave verkaufen. Äh, Geld. Geld. Äh, äh, Was ab und zu Silas in Florian reinstecken? Es sind die Nenäste, haben die wir gar nicht nennen dürfen im Letztplay. Also, mal einmal großem Wieb drüber. Oh, äh, äh, Titan kaputt. Ja, die Entschuldigung, tut mir leid, habe ich alle lieb, nicht mal ernähren. Nee, Spaß, habe ich natürlich lieb. Äh, okay, was fällt mir ein? Lutscher. Lutscher, mit A, äh, okay, falsches Ding. Lutscher, Lolli. Lolli. Ähm, großer Lolli. Penis. Harter, harter, harter Stock. Geiler Stock. Du bist dran. Ähm, geiler Stock. Lauch. Schnittlauch. Ich muss, ich, ich muss hier jetzt kurz eine Geschichte erzählen, dass er, äh, Schnittlauch macht mich besonders hart. Boah, jo! Leute, wenn ihr das gesehen habt, das war so richtig schlechte, geht an, auf 1% Leben. I'm so bad. I'm so, so bad. Was hattest du gesagt nochmal? Äh, Schnittlauch. Schnittlauch, Tomate. Ne, das hatten wir schon. Äh, Salat. Gurke. 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 Äh, Frustsalat. Äh, ne, warte. Gurke, Karotte. Hä? Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab gefragt, ob du Frustsalat gesagt hast. Ja, ja, aber du hast vorher Gurke gesagt. Und ich wollte meine Antwort ändern. Von Gurke auf, äh, von Frustsalat auf Karotte. Muschi. Ähm, Selbstbefriedigung. Oh, jetzt fällt mir auch gerade ein, warum mir das in Kauf gefallen. Ähm. Achso. Kapiert? Wenn du die... Äh, ich, ich hab schon kapiert, aber psch. Das aber Insider, den könnt ihr nicht verstehen. Und den werd ich auch nicht erklären. Das ist nämlich sonst... Das wär leichter, sozial. Ja. Mhm. Geht weiter? Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich hab doch was gesagt. Ach so, du hast ihm gesagt, ja. Okay, dann ist man aber darauf a. Achso. Äh, nee, da wurde es irgendwas anderes an, das sei, komm, sein Mann. Masturbation. Aber irgendwas. Masturbation, Ritus. Ritus. Ja, du sagst, masturbationischer Ritus. Mythos eher. Ritor, äh, Ritus. Ritus. Ritus muss hier an Mythos denken. Aber Ritus. 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 Ist mir scheißegal, ich hab gerade was gesagt, er sagt doch was. Was? Was hast du gesagt? Äh, Mythos. Mit M. Achso, du hast auf meinen Sachen geantwortet. Ritus. Ja. Ritus. Ritus. Behinderung. Jakob. Surf. Surf. Let's. Lech. Surf. Lech. 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 Bogen oder Schlechtmachung. Okay, dann können wir gleich noch in YouTube. Partner. Google. Glasses. Hässlige Kommentare. Du. Geheule. Gut, und dann würde ich sagen, haben wir eine geile Runde hier. Eigentlich nicht, weil ich ein 3 zu 3 hab und das eigentlich scheiße ist. Aber geile Runde halt. Ich bin ja dabei gewesen, das reicht ja. Ähm. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich eine gescheite Aufnahme hab und so. So. Wir sind jetzt, sehen uns jetzt hier am, ich kann ja das nicht sagen, wo du das sehen. Egal. Ich hab'n großen Penis, wir sind ja auch schon G2. Im Gegensatz zu anderen. Und. Äh. Ich würde jetzt sagen. Nichts normal. Warte, nein, ich will abmoderieren. Okay. Du hast letztes Mal gemacht. Leute, ich hab' euch ganz doll lieb. Wir verabschieden uns für diese Wunderschütze. Schöne Folge. Weißt du nicht. Ich möchte meine Mutter grüßen. Also ja, und Mama, Mama, ich komm' jetzt Abendessen. Mama. Mama. Buddy, geh mal Mama holen. Ich geh' jetzt Abendessen, Leute. Ich hab' euch lieb. Ciao. Wir sehen uns nächste Folge. Mäh.